Folge True Crime, Streets of LA. Ich weiß nicht, ob es die letzte Folge ist. Kann ich euch nicht sagen. Schade wäre es zwar ein bisschen, weil ich jetzt so im Spiel drin war, aber gut, wir haben halt alles gemacht. Wir haben schon alles gemacht, wir haben alles erlebt, wir haben alles getan. Ich weiß, die Storys werden jetzt, oder die Episoden werden jetzt, ich bin mir nicht mal sicher, ob es vielleicht jetzt die letzte sogar ist. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Wir fahren jetzt einfach immer lang. Als ob. Was sind wir denn jetzt? Ja, zack. Da durch. So, jetzt hier lang. Ich kann es wirklich nicht sagen, ob das jetzt die letzte Folge ist. Wir raten es ab und sehen es ja dann. So. So. Komm, gib Gummi, ich bin zum Flughafen. Boah, ich habe auch überhaupt keine Übersicht. Ich meine, ist es in dem Spiel immer so, ja, gut, gut gebalanced, finde ich immer, dieses Missionslänge und, aber, es ist halt auch schon viel Tünne, doof gesagt, dabei, ne. Aber, wie gesagt, trotzdem irgendwie ein bisschen schade, immer so, mit einem Lachen und einem heulenden Auge, gehe ich jetzt dem Ende entgegen. So, hier rum und jetzt hier lang. Vor allem, wo es schon wieder ist, am Arsch der Welt, ne, zeig mal her, guck mal auf dich. Ach Gott, dahinter, ach Gott, ach Gott, ach Gott, wir kommen doch bestimmt von hier, ne, müssen uns einmal wieder... Ah, das ist... Es hört nie auf in dem Spiel, es wird nie aufhören. Ah, zack. Jetzt sind wir wenigstens schon mal so in der Art, in der Richtung, ne. Hier lang, so. Wird die Straße mal gerade ausgehen, wäre es perfekt, dann würde man jetzt direkt hinkommen. Ah, tut sie ja natürlich nicht. Sorry. Ja. Ich bin ein böser Bulle, ich weiß. Obwohl, ne, wir sind eigentlich die ganze Zeit ein guter Bulle gewesen. Die ganze Zeit ein böser, äh, guter Bulle. Ich will auch gar kein böser werden, irgendwie. Ich meine, klar, wenn ich die Leute umfahre, tut es mir leid, oder? Oh, er macht die Dinge. Over and out. Na, und jetzt hier. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir demnächst mal wieder hier rüber, so. So, einmal rumwasch. Und jetzt machen wir jetzt hier. Ja, obwohl war das so nice. Trink mal her, Stadtplan. Boah. Ja, ist halt immer, also die Strecken sind hardcore, ne. Ich überlege es, Fallout 4, ne. Da bist du einmal in einer, ja, ich sag mal, 20 Minuten durch die ganze Map gelaufen. Von ganz unten nach ganz oben. Das war, das war heftig, aber jetzt hier, Pupen. Da fragst du dich auch, was ist los. Fragst du dich da auch, ne. Ja, ich kann nicht. So, jetzt können wir hier rum. Jetzt sind wir ja schon fast in der Nähe, oder? Nochmal gucken kurz. Ja. Langsam kommen wir doch hin. Das sieht super aus. So. Ja, obwohl, ich kann mir aber nicht mehr vorstellen, dass jetzt noch mal. Also, ich glaube, wir sind fertig, weil wir alle Bonus-Inhalte haben, ne. Also, wir haben alle Waffen und allem drum und dran, also. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das das hier jetzt war, dann. Das wird jetzt, das wird jetzt so ein epischer Kampf. Oh, ne, ich will eigentlich gegen den hinterhältigen Sack nicht noch mal kämpfen. Oh, hab ich eigentlich gar keinen Bock mehr, ne. Oh, scheiße. Hätte ich so hinterhältig. Ja, die sind allgemein hinterhältig. Oh, ja. Oh, scheiße. Kankang! Oder ist es Wilson? Wie ist es, dass ich endlich die Familienmüsterie für dich? Back in den 70ern, Raph und ich haben genug gekocht, um die San Fernando Valley zu erfüllen. Sadly, dein Guti-Toucho's Daddy wurde in der Weg. Wir versuchen ihn zu schrauben, aber er war nicht so. So, bang, bang! Off he went, auf den Boden des Oceans. Raph even plantiert ein Staschle, so in Tornal Affairs figured, dass dein Pup war da. Raph, bitte. Raph, bitte. Er muss nicht alles wissen. Komm schon, Raph. Jeder liebt eine gute Geschichte. Right, Kank? Ja. Especially das mit einem guten BANG-UP-Ending. Right on, Kank. Nur dieses Mal, es ist eine Mattene an deinem Dorsten. Es ist ein Schiff. Und ach, was? Die Baden sind weg. Ekklas. Das. Ich kann mich auf den Weg nehmen auf diejenigen, die wirklich verdienen. Woh! 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 okay 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 ich will das nicht jetzt können wir hier lang boom 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 easy man nice es ist easy peasy man da haben wir uns das mini hier hinten ja deshalb ist halt echt das war halt echt doof gelaufen wenn der container dann die im weg steht das halt so scheiße ist halt sowas was dann halt ein bisschen nervt wenn du halt so alte spiele spiel ist wenn die ein bisschen buggy sind und du leider von der vom müllcontainer oder vom allgemeinen schiffscontainer wir warten noch was da kommt ja sowas wie jetzt hätte man eigentlich auch wissen oder ahnen erahnen können jetzt kommt hier einer zack zack die zwei so ist irgendwo noch einer hat es halt echt doof ist halt richtig doof wenn dann vorm container stehst siehst du da kommt doch noch einer ja 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 gut das war's oder geil auf und davon hat der arsch alter haben wir da aber schon mal platt gemacht sind einfach am flugfeld alter das ist das denn für ein stoß kann er jetzt schon nicht mehr fliegen oder als wenn er jetzt noch fliegen können was ist für ein stoß das ist für ein stoß ja nee a la hop ey was ist das nee find ich gar nicht geil was ist das denn scheiße man haben die verkackten räder ab ja ja das ist das müssen wir noch mal machen das land nicht mehr na gut es hat fast geklappt ja das hat nicht geklappt das fängt schon am anfang so doof an naja kommt es ist einfach total hirnrissig also das ist ja sowas von hirnrissig was ein stoß hat kommen morgen wiederholen so haben am anfang da kriegt er gar keinen schaden hier so aber so kriegt er okay man muss nur ein bisschen die mechanik von dem spiel verstehen ja woll fuck you man was das jetzt haben wir damit irgendwas zu tun nein was ein epischer kampf der wieder ich werde ihn nicht wiederkämpfen weil ich habe dich schon mal blatt gemacht ja Beside, die Russischen sind ganz Freunde. Ex-KGB für die meisten. Es war eine perfekte Fichte. Natürlich, bis Rocky entschieden, um den Weg zu halten. Ja, seine Moral wurden korrupt. Also, das ist wo du und deine Kommandos kommen. Genau. Rocky war schluss. Aber alles, was ich tun war, war folgen. Jetzt meine Mission ist bereits fertig. Oh, ne, nicht schon wieder. Los. Los. So, zack. Oh, zack. Warum brennen wir und der Nett? Warum brennen wir und der Sack Nett? Ach. Das ist auch schon wieder so unfair. Wir brennen und der Sack überhaupt Nett. Oh, oh, ich brenne nicht, weil ich kann nicht brennen. Fuck you, man. Wiederholen. Ach Gott, das ist ja jetzt schon zum Scheidern verurteilt. So, erstmal hier hinterlaufen, komm. Oh, komm. Oh, komm. Ja, das ist ja jetzt schon zum Scheidern verurteilt. Ne, ich will nicht schon wieder ins Feuer rennen. Ja, das schaffen wir nicht. Ja, das ist auch, kannst du knicken. Steh auf. Ja, das ist ja. Oh, letzter Kampf hier, ne. Na, wir machen das jetzt, ne. Wir kriegen das schon hin. Der folgen. Nice. Nice. Niiiice! Komm! Wir machen ihn jetzt die ganze Zeit so fertig. Komm! Jawoll! Komm! Geil! Niiice! Ja, komm! Ja, warum? Ey! Komm! Ach, jetzt will ich zu viel packen. Komm! Das wird doch schon wieder nix. Ach, warum gibt der uns denn jetzt immer Kopfnuss, ey? Und der kann's, ne? Er kann's einfach machen! Er kann's! Ja, Mann! Gut, halb hat man's jetzt schon mal. Ach, die Moves sind bescheuert. Was? Was? Komm! Jetzt lassen wir ihn wieder weg ein bisschen. Komm! 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 Jetzt! Zurück, Alter! hat er immer sein komischer überschlag zwei mal in dieser hat geschlag der maule finale müsste steht ja auch das finale so Los komm Ach Gott ey Nein Ey, Alda, fuck you So Komm Oh, Mann, Mann, Mann Ach, und dann kann er wieder kontern, ne Ah, Mann, Mann, Mann Das Finale, ey, das Finale Komm, da machen wir mal jemanden hin, der total heftig hardcore ist, ne Und das ist Puppenmeister, ach, leck mich Komm Na Komm Da brennt halt nett, ne, das ist halt auch so unfair Ja Ja, zack So So, wir rennen jetzt einfach mal Oh, einen auf die Oh, einen auf den Latz Können wir nicht einfach die Können wir nicht einfach die, die Pistole nehmen und ihn Ach Ach Gott, ey Komm Jawohl Komm Ah, das wird so ein harter Kampf, ey Komm Komm So, komm Komm Ähm Ähm Ach Gott, ey Da machst du nix, ey, gegen den kommen wir schlagen die netz egal wie lang es dauert wir machen den jetzt fertig da machst du komischer hässlicher schlag ich probiere gerade noch ein bisschen was ja ich wollte gerade was testen im greifen mal keine ahnung im greifen das ist auch mal so eine sache mal klappt es mal nicht keine ahnung gespielt ist manchmal ja ab sie ist es schwammig ja und jetzt erne genau ja genau was man wie kann es sowas dann so ein hyperschlagung können wir das eigentlich nicht ratten kopf aller und dann gleich wieder direkt wieder er kann immer kontern aber ich krieg mir nur zuhälfte hin nein ich habe keine ahnung man 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 oh man ja genau rattenkopf ja als ob jetzt brennen wir schon wieder das war's das kann es bringt nichts letzte versuche erstmal dann würde ich so machen dann kämpfe ich ein bisschen und wird dann ja glaube ich dass dahinter schneiden wenn wir ihn platt machen bei mir haben noch nicht wir haben noch nicht mal der hat uns direkt schon wieder das viertel runter gezogen ja das hat keinen sinn ich würde sagen wir sehen uns ja ich schneid's gleich dahinter